Ja, hallo und herzlich willkommen, herzlich, genau herzlich war das Wort. Willkommen zu Let's Play Dale & Picot, das ist ein kleines Flash-Game von Armor Games von Lucy Beast. Ja, und einfach mal direkt ein Spiel, würde ich sagen. In dem friedlichen Tal von Famina lebte der hart arbeitende Farmer Dale. Er hat sich ersaugte, er kümmerte sich gut um seine vielen Hennen mit der Hilfe seines Freundes Picot. In einer warmen Nacht wurde er durch das Geräusch eines zerbrechenden Fensters geweckt und Picot auch. Sie rannten in den Hühnerstall, so schnell sie konnten. Aber sie entdeckten nur, dass alle Hennen gestohlen waren von den Kojoten. Des Farmers größte Vereinbarung. Dann erregte etwas Dales Aufmerksamkeit. Es schien, als hätte jemand hier eine spezielle Feder zurückgelassen. Die Feder setzte so viel Power frei, dass er es über seinen ganzen Arm spüren konnte. Dale startete, Picot mit den Handbewegungen zu kontrollieren. Sie waren verbunden. Mit einem neuen Power in seiner Hand. Konnte sich Dale alles vorstellen, was er machen könnte. Sein Plan war klar. Er würde alle seine Hühner zurückbrennen. Egal was passiert. Ja, das war das Intro und dann würde ich sagen, direkt mal ins erste Level. Ja, es läuft ganz flüssig. Das finde ich gerade gut. Und das ist A und D drücken zum Laufen. Ach, verdammt. Es läuft relativ flüssig. Es ruckelt ein bisschen. Aber das geht. So, Spacebar. Erd hast du zum Schissen. Bam. So, was hier? Das erste Level habe ich schon gespielt. Zum Testen. Okay, auf den Boden befindende Schalter zum Aktivieren draufspringen. Ah. Dann bestimmt hier und hier und dann. Yay. So, die Eier bringen entscheidend Punkte. Zweideutig, egal. Ja. Ja. Und weiter. Einige Objekte können zerstört werden, wenn man auf sie schießt. Also. Ah. Nachladen. Schön. Noch mehr Eier bringen. Ja. Irgendwohin klicken, damit Picot fliegt. Ach so. Ach so. Ja, ein bisschen Leggiges fliegen. Wuckeliges Abend. Ja. Ja. Hallo. Ja. 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 Headshot. 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 Volles Knie. Ach. Hä? Ach so. Ah. Ja. Ihr seht schon, wie es weitergeht. Ähm. So. Bestimmt. Schön. So. Was jetzt? Ein Zahnrad. Stand vorhin auch da. Die kann man auch bewegen mit. Ah. Und jetzt. Hör mal. Da oben. Ah. Da war was. Ich werde mal probieren, alles einzusammeln, was so an Specials gibt. Wenn es denn ein Special ist. So. Und was bringt uns jetzt ein Goldnass ein? Ah, stimmt. Dann war es doch richtig. Man kann hier nämlich für einen Punkte-Bonus brauchen. Da lohnen mich mehr Punkte aus diesen kleinen Drecksfischern hier. Oh man. Na okay, zu spät. Also ähm. Gepanzerte sind was mit beschützte Enemies. Also Feinde können mit einem Energieschub ihre Rüstung verlieren. Haben wir jetzt schon gesehen. Headshot. Tut mir leid. Ähm. Ja. Was kommt jetzt noch? Ähm. Kisten können geöffnet werden, wenn man auf sie schießt. Ja. Klappt ja wunderbar. Achso. Okay. Okay. Eine Feder. Und das bringt uns jetzt... Was? Genau. Naja. Wird schon was werden. Oh. Und Level Complete. Schön. Ich lag vor, ich spiele erst nur zwei Level und dann beende ich erst mal diesen Part. Hoffentlich klappt das so. So. Loading. Oh. Also ich glaub die Zahl bedeutet wie viele Punkte es jetzt zu holen gibt. 20.000. Na viel Spaß. Was willst du? Ye. Okay. Pss. Das sah mies aus. Okay. Man muss ja alles mal testen. Also Equipment. Von dem Huhn. Hä? Okay. Okay. Das ist die Grafik. Das ist der Sound. Ja. Achso. Zum Sound. Das ist der Sound. Das ist der Sound. Das ist der Sound. Das ist der Sound. Shooter hier. Das ist der Sound. 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 Oh. Ich glaube das war grade ganz gut. Fehler gefunden. Yeah. Ach verdammt. Ich glaube, ich habe heute noch was gesehen.